Mein Name ist Oskar Scherzenlieder. Wir produzieren Naturfarben. Wir verkaufen diese Naturfarben unter der Marke Natural in Österreich und in der ganzen Welt. Wir haben ein Werk in Lenz, Oberösterreich und eine Niederlassung in Deutschland. Insgesamt haben wir 17 Personen. Vor über 70 Jahren hat unser Vater in den Wäldern des Salzkammergutes begonnen, mit Kiefernharz und Tannenharz zu experimentieren. Und dieser Linie sind wir bis heute drei geblieben. Ich war Pionier in der Naturfarben-Szene. Es war nicht immer leicht. Die ersten zehn Jahre haben wir nur Geld hineingebuttert. Aber du musst ein Idealist sein und an etwas glauben, damit es auch dann gut wird. Grün wirtschaften und schwarze Zahlen schreiben, das ist die Basis. Ich kann nur etwas bewegen, wenn ich auch wirtschaftlich erfolgreich bin. Wenn man mich fragt, kann man als grüne Wirtschaft etwas in der Kammer bewegen? Ja, kann man. Ich kann nur etwas auf die Auslandung beschweren, die wirtschaftlich in der Kammer bewegen.